Willkommen zurück hier in Straßburg. Der gute Graf Magnus von Krumberburg konnte in der letzten Folge sein Reich, ja Reich kann man es vielleicht nicht nennen, aber sein Gebiet vergrößern, seinen Herrschaftsbereich. Und wir konnten uns auch mit ein paar Leuten anfreunden. Und aktuell sind wir dabei, uns hier mit dem Herzog von, beziehungsweise dem Jarl von Holland zu befreunden. Und ja, wir werden einfach mal gucken, wie es weiterlaufen wird. Und deswegen klicken wir direkt hier mal auf Weiterlaufen und schauen, wie es hier weitergeht. Wir haben auch hier noch jemand anderen, der interessant sein könnte, was eine Freundschaft angeht, und zwar der Bürgermeister von Schlettstadt, der unbedingt in den Rat möchte, aber nicht gut genug ist. Da könnte man vielleicht versuchen, ein bisschen Diplomatie zu betreiben. Wichtig ist ansonsten noch der Ausgang dieses Krieges hier um Lothringen, wo wir tatsächlich nicht wirklich helfen können. Wenn wir es könnten, würden wir es machen. Und auch hier, wir haben uns hier angefreundet. Nachdem ich davon erfuhr, dass Jarl Rodolf zu Gast in Alkma sein würde, beschloss ich, dass ich die perfekte Gelegenheit für ein Treffen mit ihm war. Auf meine Bitte hin saß ich das Abendessen über neben ihm, und wir hatten beide jede Menge Spaß. Ich war überrascht, wie viele Gesprächsinhalte wir fanden. Als ich aufbrach, kam es mir vor, als würden wir einander bereits ein Leben lang kennen. Sehr schön, das heißt, wir sind nun mit ihm hier befreundet, was sehr, sehr schön ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell ein Bündnis versuchen einzugehen, durch unsere zukünftige Fähigkeit. Darauf arbeiten wir ja hin, dass wir Bündnisse schließen können, ohne dass wir irgendwie Leute miteinander verheiraten. Aber er hat hier auch eine Tochter, die ist 0 Jahre alt. Vielleicht könnte man sie schon verloben mit unserem Sohn. Das wäre möglich, denke ich. Hier hätten wir Magnus, aber das würde aktuell nicht passieren. Kann ich aber verstehen. Weil wir halt... Weil das ja die einzige Erbin aktuell ist. Das heißt, das müssen wir noch ein bisschen außen vor lassen. Ansonsten dürfte ja auch sonst niemand da sein, der da verheiratet werden könnte. Sie ist die Tochter von irgendjemand anderem aus seiner Dynastie. Mal schauen. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass wir uns versuchen, hier erstmal mit ihm gut zu heißen, indem wir uns hier erstmal ein bisschen beeinflussen. Und dann schauen wir mal. Aber er kann halt keinen Platz im Rat bekommen. Also der ist halt wesentlich schlechter als alle anderen. Meine teuersten Freunde. Nur wenige haben das Glück, so viele Freunde zu haben wie ich. Ich weiß hier auch Unterstützung zu schätzen und vertraue ihnen voll und ganz. Und doch habe ich das Gefühl, dass unter all den Beherzten sehen, die ich zu meinen treuen Gefährten im Leben zählen darf, ein Mensch mich doch mehr als alle anderen versteht. Ah, okay. Es geht da drum, ob wir uns einen besten Freund aussuchen. Jetzt kommt es halt drauf an. Wir sind gesellig, wir sind treuherzig, arrogant. Haben wir einen besten Freund? Und wer wäre das? Ich würde es einfach auswürfeln an der Stelle. Ist jetzt noch nicht so klar zu sehen. Da ist für mich alles möglich. Ich würde es so machen, dass wir das so verteilen, dass das hier ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4. Und sollten wir eine 5 oder eine 6 würfeln, dann werden wir es einfach wiederholen. Wir haben eine 2. Das heißt, der gute Lothar, also unser König, wird unser bester Freund. Ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Und da ist es passiert, dass die Westfranken haben jetzt hier den Krieg gewonnen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt einen neuen König über uns haben. Und zwar König Scharl der Kahle von den Westfranken. Unser bester Freund ist jetzt nicht mehr unser Lehnzier und kein König mehr. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Wir müssen uns jetzt aber damit arrangieren. Ich glaube aber, wir werden uns jetzt nicht mit ihm anfreunden oder sowas. Beziehungen verbessern, ja, aber nicht anfreunden. Aus dem einfachen Grund, aus treuherzigen Gründen. Also wir sind ja treuherzig und das wäre irgendwie merkwürdig, wenn wir da unseren besten Freund quasi so vor den Kopf stoßen. Er hat aber immer noch einige Grafschaften. Also eventuell kann man ja versuchen, ihnen da zu helfen, da wieder auf den Thron zu kommen. In diesem Falle sogar ein bisschen mehr zu haben als nur Lothring. Aber aktuell ist das eher ausgeschlossen. Aber hat sich nun geändert. Und es wird spannend sein, wie sich das weiterentwickelt. Wir könnten vielleicht schauen, dass wir hier auch eine Ehe hinbekommen. Aber er hat hier auch nur Töchter. Was ein bisschen problematisch ist für unsere Tochter. Denn, also wir könnten unseren Sohn rein theoretisch dahin verloben. Aber der Altersunterschied ist relativ groß. Wobei das eigentlich egal ist. Und unsere Tochter möchte ich auf jeden Fall Matrilinia verheiraten. Damit sie ebenfalls aus unserer Dynastie entspringen. Und deswegen, ich werde mal schauen, wen wir da finden können. Und werde euch dann berichten, falls wir da einen geeigneten Kandidaten haben. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Und es gibt tatsächlich einen relativ interessanten Charakter. Und zwar hat der gute Graf Milon von Langres einen Sohn. Und zwar der drittgeborene Sohn Aimeri Milonit. Und die sind gar nicht so weit weg. Das heißt, es ist relativ lokal ange... Oder beziehungsweise regional angesiedelt. Es gab noch andere Charaktere, die interessant gewesen wären. Hier in dem Bereich. Aber wenn es ja so nah dran ist. Also warum hier nicht ein Bündnis aufbauen. Mit dem Grafen von Langres. Und zwar hier ihn hier. Und da könnten wir eine Heirat arrangieren. Das würde ich dann direkt auch machen. Matrilinia wäre auf jeden Fall auch möglich. Was sehr schön ist. Und wir hätten dann noch einen zusätzlichen Bündnispartner. Interessant. Auch er ist neugierig wie unsere Tochter. Die sind auch gleich alt. Also acht Jahre. Warum nicht? Die sind von der Kultur französisch. Ist natürlich jetzt kein Schwäbisch. Aber das werden wir mitnehmen. Ich denke, das ist eine gute Auswahl. Und ist halt wie gesagt regional angelegen. Was für uns jetzt auch erstmal kein Widerspruch ist. Und er ist glaube ich an dritter oder vierter Stelle. An vierter Stelle, was die Erbfolge angeht. Jetzt nicht so gut. Ich glaube da hinten der eine, der hier war. Der wäre ein bisschen besser gewesen. Wäre aber auch nur eine Grafschaft. Von daher, ich bin da ganz zufrieden mit. Wir lassen mal weiterlaufen. Und schauen, was passiert. Und ob das angenommen wird. Ja, wurde angenommen. Sehr schön. Wunderbar. Da können wir uns auch mit ihm hier anfreunden. Und die Beziehungen ein bisschen verbessern. Der ist ja auch ein Diplomat. Der ist hinterlistig, rachsüchtig und maßvoll. Ja, rachsüchtig und hinterlistig sind natürlich zwei echt gute Eigenschaften für uns. Interessante Entwicklung. Hier der krude Graf Adalgos von Bern hat uns übernommen, was die schwäbische Kultur angeht. Das heißt, er ist jetzt der Anführer davon. Das wird wahrscheinlich in der jetzigen Phase noch so ein bisschen rumschwanken. Immer mal sich wieder ändern. Deswegen ist das nicht zu dramatisch. Aber könnte vielleicht zukünftig ein Konkurrent von uns werden. Oder ein Bündnispartner. Je nachdem, was wir da anstreben. Aber das wollte ich euch nur gerade kurz noch mitteilen. Wir werden jetzt mal versuchen, hier die Freundschaft mit dem guten Graf Milon zu forcieren. Kann sicherlich nicht schaden. Unsere Beziehung mit dem Bürgermeister haben wir verbessert. Wir haben jetzt einen positiven Wert. Das ist erstmal auch gut. Er ist ja auch ganz diplomatisch. Also er hat eine Stärke in Diplomatie. Passt also ganz gut. Und es ist besser, wenn wir mit ihm befreundet sind, als wenn nicht. Und deswegen werden wir das jetzt erstmal so ein bisschen forcieren. Engeltrudes versteckt sich. Engeltrudes kam zu mir und beschwerte sich darüber, dass Radbot sie tyrannisiert. Sie versteckt sich überall in der Burg, um dem anderen Kind aus dem Weg zu gehen. Ah, okay. Wer ist denn der gute Radbot? Ein Höfling. Und zwar ist das der Sohn hier von unserer Ratsspitzelin. Okay. Und zwar der älteste Sohn. Sie hat auch eine Tochter. Eltern sind unbekannt von ihm. Ja. Ja. Er mobbt sie quasi und verprügelt sie wahrscheinlich. Tyrannisiert. Das ist natürlich eine Sache, die wir nicht so toll finden. Er ist die Feige. Okay. Wir haben drei Möglichkeiten. Wie ticken wir denn so? Wir sind arrogant, gesellig, treuherzig. Wir haben aber auch den Drang, die Sachen diplomatisch zu lösen. Wir sind ja auch ein bisschen... Ja, ich würde sagen, wir nehmen echt das Obere. Gut. Man sucht nicht nach Ärger, wenn es nicht sein muss. Die anderen Sachen passen jetzt eher weniger. Das heißt, sie wird zwar feige, aber das ist eine Sache, die wir dann halt eben hinnehmen. Ähm... Ich denke, das ist auf jeden Fall die beste Entscheidung da gewesen. Und unser guter Freund, Herzog Adalhak von Oberlothringen, ist verstorben. Äh... Das ist natürlich tragisch. Und da kriegen wir auch Anspannung dafür, weil es unser Freund war. Das heißt, auch unser Bündnis ist ausgelaufen. Das ist unser Schwiegervater. Also der Vater unserer Gattin, logischerweise. Und seinen Sohn hatten wir ja auch schon versucht, ob wir uns mit ihm anfreunden können. Das war nicht von Erfolg geglückt. Ähm... Wir können mal schauen, ob wir hier ein neues Bündnis hinbekommen. Da wäre er dafür. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall schon mal sehr wichtig ist. Der hat einige Ansprüche auf Gebiete überall in Frankreich verteilt. Aber es ist wichtig, dass wir da auf jeden Fall erstmal ein Bündnis hinbekommen. Man könnte vielleicht versuchen, hier nochmal die Freundschaft anzupeilen. Aber das würde erstmal ein paar Jahre nicht gehen. Ja, okay. Das werden wir erstmal so außen vor lassen. Wir sehen, dass unsere Gattin auf dem dritten Platz wäre, was die Nachfolge angeht. Und der gute Magnus, unser Sohn, wäre an vierter Stelle. Also keine Sache, die jetzt unmöglich ist. Aktuell würde das auch geteilt werden zwischen den beiden Kindern. Okay, aber erstmal das hier machen. Was haben wir hier? Wird hier irgendwas Wichtiges angezeigt? Wir könnten Krieg erklären gegen Adalhard. Wir könnten ja, wir könnten unseren Anspruch für Bütling durchsetzen, theoretisch. Aber ich glaube, das werden wir nicht machen. Wir sind ja da treuherzig. Wir waren ja eigentlich auch da dabei gewesen, da ein Bündnis zu bekommen. Von daher werden wir das erstmal nicht machen. Erst bescheiden, keuch und maßvoll. Wir werden da jetzt nicht gegen unsere quasi Familie, also angeheiratete Familie, jetzt nicht gegen vorgehen. Wir sind ja hier dabei, noch unseren Anspruch hier auf Sundgau zu machen. Wenn wir den haben, können wir dann versuchen, Elsass zu gründen, damit unser eigenes Herzogtum zu bekommen. Und da haben wir mal wieder jemanden. Seid gegrüßt, Graf Magnus von Straßburg. Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid auch ihr dieser Idee zugetan. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Und zwar der Herzog von Toulouse. Ja, wir werden, denke ich mal, einen Briefwechsel da anstreben. Wie gesagt, wir sind ja gesellig. Spricht überhaupt nichts dagegen. Bin wir vielleicht sogar ganz angenehm, dass wir so ein bisschen jetzt mit höheren Kreisen kommunizieren. Jetzt also mit einem weiteren Herzog. Was uns selbst auch in unserem Statusempfinden bestärkt. Okay, über was werden wir schreiben? Wir könnten ein Geschenk senden oder eben hier eine der anderen Sachen machen. So, Kunst der Etikette, die Kunst der Liebe. Letztes Mal haben wir, glaube ich, Geld gesendet. Wir werden es diesmal auswürfeln. Vielleicht versuchen wir uns da ein bisschen anders. Es ist eine 5, das heißt, wir werden wieder Geld senden. Ja, okay. 50 Dukaten ist, denke ich, in Ordnung. Ich finde im Übrigen, dass unser Motto unseres Hauses irgendwie sehr traurig ist. Oft trauernd, selten, verlockend. Das ist irgendwie sehr, sehr traurig. Wir könnten es rein theoretisch ändern. Also, das wäre eine Möglichkeit. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, die vielleicht da ganz gut passen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwie so ein bisschen was aus unserer Dynastie. Ansonsten können wir es aber auch so lassen. Mal schauen. Okay, was möchte er denn? Über euer Geschenk habe ich mich sehr gefreut. Da ihr mir einen solchen Gefallen erwiesen habt, möchte ich meinerseits fragen, ob ich etwas für euch tun kann. Wir könnten weiter Briefe schreiben, ein Handelsabkommen oder halt eben ein Druckmittel. Ein Druckmittel würde ich aber... Ich glaube nicht, dass es so auf Druckmittel aus ist. Ich würde halt auch hier sagen, dass wir erstmal weiter Briefe schreiben. Das passt ganz gut zu unserem Charakter. Also, wir sind ja wirklich gesellig. Und damit finden wir wahrscheinlich sogar noch einen weiteren Freund. Vielleicht finden wir ja so viele Freunde, dass wir dem König hier ein Ultimatum setzen können und unseren besten Freund wieder auf den Thron setzen. Oh, unser Freund wurde gefangen genommen. Und zwar von Graf Zetzlaff von Pojek in einer Schlacht. Können wir den befreien? Ich glaube, wenn man gut in Intrigen ist, gibt es die Möglichkeit, jemanden zu befreien. Wenn man da den Fokus hat. Aber das haben wir ja nicht. Dann hoffen wir mal, dass es unserem Freund da gut ergehen wird. Wir haben auf jeden Fall hier einen weiteren Weg, den wir gehen können. Und deswegen werden wir hier mal die defensiven Verhandlungen machen. Denn dadurch steigt sich erstmal die Meinung von verschiedenen Leuten. Und vor allem haben wir hier jetzt den Vorteil, dass wir eben Bündnisse machen können ohne Heirat. Was sehr praktisch ist. Hier könnten wir Eroberung von Herzogtümern. Ja, aber wir werden erstmal defensive Verhandlungen machen. Das passt ganz gut. Das heißt, damit können wir jetzt Bündnisse mit unseren Freunden schließen. Aktuell haben wir ja nur noch zwei Freunde. Das heißt, einmal hier mit Holland. Das würde aktuell ablehnen. Okay. Und wie sieht es mit unserem guten Prinzen hier aus? Also mit unserem besten Freund. Das geht auch nicht, weil er im Krieg ist. Würde aber auch aktuell noch ablehnen. Okay, das ist auch nicht weiter schlimm. Anfreunden der Wall. Nachdem ich davon erfuhr, dass Graf Milon am Tanz in Uar teilnehmen würde, beschloss ich, dass dies die perfekte Gelegenheit für ein Gespräch mit ihm darstellte. Der Tag des Tanzes begann verhangen von grauen Wolken und anstatt des erwartenden rauschenden Festes erwartet mich bedrückte Stimmung. Ein hoffnungsloser Fall. Ah, schade, haben wir nicht geschafft, uns mit ihm anzufreunden. Sehr, sehr schade. Aber mal schauen. Vielleicht wird das ja noch in der Zukunft was. Vielleicht werden wir uns ja hier mit seinem Haupterben ein bisschen besser verstehen. Er ist von uns eingeschüchtert, was auch sehr interessant ist. Wegen unserem schrecklichen Ruf, obwohl wir gar keinen so schrecklichen Ruf haben. Vielleicht allein dadurch, dass wir ein Graf sind. Stimmt, auch hier haben wir weniger Aufgebote und Steuern, weil wir nicht der rechtmäßige Lehnsherr sind. Was eine Sache ist, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten. Loyalität oder Angst? Als Graf schulden mir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Okay, ähm, was haben wir für Möglichkeiten? Ich werde mir die bedingungslose Treue sichern. Da werden wir ein großzügiger Lehnsherrn. Das wird aber hier als kritisch angesehen, weil wir arrogant sind. Angst ist ein deutlich effektiveres Werkzeug. Dann würden wir den Bürgermeister quasi verwunden. Oder es gibt wichtigere Menschen, die ich beeindrucken muss. Dann würden wir versuchen, den König hier zu beeindrucken. Aber wir sind doch kein brutaler... Also... Wenn wir jetzt auf einmal brutal gegenüber unseren Vasallen... Das Problem ist, ich sehe aber auch nicht so unbedingt, dass wir uns jetzt mit dem König da so anfreunden. Ähm, weil der ja in... Also im starken Kontrast steht mit unserem besten Freund. Und er ist halt eben unser bester Freund. Und deswegen würde ich das eher auch nicht machen. Und das hier steht halt, äh... Eher... Gegen unsere arrogante Art. Das heißt, alle drei Sachen sind eher widersprüchlich. Das hier wäre wahrscheinlich noch das, was am wahrscheinlichsten ist. Ähm... Aber bis jetzt ist er ja auch nicht so aufgetreten, dass er jetzt halt wie so brutal wäre. Ich würde es tatsächlich auswürfeln. Und alle drei Möglichkeiten sind nach meiner Auffassung jetzt eher so nicht das, was unser Charakter widerspiegeln wird. Ähm... Aber... Es kann ja mal passieren. Deswegen würfeln wir es aus. Es ist eine 6. Also wir gehen tatsächlich hin und beeindrucken so ein bisschen den König. Ja, aber wir werden uns jetzt nicht irgendwie, äh... Super gut stellen oder so mit ihm. Wir werden auch mal bald schauen, ob wir jemanden passendes für unseren Sohn finden. Aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Seid gegrüßt, Graf Magnus von Straßburg. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr rechtmäßiger Fürst von Graf Schaaf von Sundgau seid. Nun fehlt nur noch ein kleines Bestechungsgeld. Genau, das würde 87 Dukaten kosten. Das haben wir locker auf der Tasche. Das werden wir machen. Und dann haben wir unseren Anspruch auf Sundgau, den wir durchsetzen. Das hat übrigens unser neuer Bischof gemacht. Denn unser neuer Bischof ist quasi vor ein paar Tagen gestorben. Hier der gute Ethelred. Gute Arbeit geleistet. Jetzt haben wir hier Miroslav. Wo wir auch erstmal wieder unsere Beziehung mit verbessern müssen. Der ist nicht mehr so gut wie unser vorheriger Bischof. Aber er wird da auch seine Dienste machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Anspruch hier auf Sundgau. Sundgau hat aktuell 460 Truppen und der Verbündete 561. Wir selbst haben 549 und wir haben halt unsere Bündnispartner, die dann da auch helfen werden. Das heißt, wir werden schauen, dass wir in der nächsten Folge diesen Krieg führen werden. Und dann darauf hinarbeiten, dass wir erstmal das Herzogtum Elsass gründen. Und sobald wir das haben, werden wir erstmal so ein bisschen die Zeit vergehen lassen. Ein bisschen schauen, dass wir uns bündnismäßig ein bisschen aufstellen. Auch was die geeignete Partnerin für unseren Sohn angeht, werden wir uns umschauen. Und weniger auf Expansion. Aber vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. Und dann werden wir schauen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung und auch einen Kommentar da lassen. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen sehr schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war es von eurem Krumpass der Kartoffelritter. Das war es von eurem Krumpass der Kartoffelritter.